Moin, 5.12 Uhr, die Nachrichten Schwerin, wenn's nach den Eisenbahnfreunden geht, kann man bald wieder von Schwerin nach Wismar und zurückdampfen. Super, gilt auch für Nichtraucher. Schwerin, nächste Runde im Drama um den Rockpalast. Was, Sie können's nicht mehr hören? Ja, genau darum geht's, ums Lärmschutzgutachten und so weiter und so weiter und so weiter. Apropos Lärm, die 75.000 Karten für das Wacken Open Air 2015 waren innerhalb von 12 Stunden verkauft. Das ist Rekord. Nun, vielleicht sollte Schwerin auch ein bisschen mehr Musik wacken. Das Wetter ist mir peinlich. So, das war's für heute. Volldarm voraus. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann lesen Sie doch selbst.